Stillgestanden und somit herzlich willkommen bei MechGames. Rühren. Ja, ich habe mir überlegt, dass die Begrüßung etwas anders ist, sobald ich einen neuen Mech präsentiere oder zeige. So gesehen habe ich hier noch nichts festes, was die Begrüßung betrifft. So einen Wiedererkennungswert, wo man sagt, hey, das ist MechGames. Habe ich jetzt momentan nicht, aber vielleicht kommt das noch über die Zeit. Ansonsten wäre mir das jetzt momentan zu monoton, wenn ich immer wieder die gleiche Begrüßung habe. Und ja, ich habe jetzt hier das Lite PPC mit reingenommen und ich denke mal, dass wir mal diese Variante jetzt mal ausprobieren. Kann man ja machen. Ich werde aber mich gleich mehr dazu äußern und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich. So, dann wollen wir mal schauen, wie das mit dem Lite PPC so ausschaut. Und ich sage jetzt mal so vom Bauchgefühl her, dass das echt situationsabhängig ist. Es kommt erst mal darauf an, auf welcher Mapkarte man unterwegs ist. Und vor allem spiele ich hier kein Lite Mech, kein Medium Mech. Ich spiele hier ein Assault Mech. Und dann PPC als Sniper mit reinzunehmen, kommt echt darauf an, auf welcher Mapkarte ich bin. Und da muss man schon mehrere Matches mit einem Mech absolvieren, damit ich hier auch wirklich eine Empfehlung aussprechen kann. Ich will das hier einmal kurz demonstrieren, wie es wäre. So gesehen muss man sehr viele Mechs ausprobieren und mal schauen und variieren, wo es da am besten ist. Oder halt mehrere Matches absolvieren, je nachdem, wie es kommt. Und ich sage jetzt mal ganz spontan, PPC ist hier bei der Eiswüste, denke ich mal, nicht so ganz verkehrt. Aber wenn man dann versucht, im Stave-Modus oder im Tarnungsmodus von dort aus dann sein PPC abzufeuern, dann wird man sehr schnell auch den Standort erkennen. Also ich denke mal, wenn man ein Assault Mech nimmt und dann auch noch PPC mit reinnimmt, dann wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt, mit der Gruppe mitzuziehen und nicht Solo herumzulaufen, wie ich es jetzt hier demonstrieren möchte. Also, Moment. Ich sage, Ballastik-Waffen sind auf jeden Fall einiges besser. Wenn man die Sniper-Rolle übernehmen möchte. Ich sage auch, dass man mit einem Light-PPC schon zwar die Sniper-Rolle übernehmen kann, aber nicht im Stave-Modus. Ich habe Stave hier jetzt aktiviert, aber die werden sowieso sofort wissen, wo ich bin. Also Ballistik-Waffen sind da auf jeden Fall empfehlenswerter, würde ich jetzt mal behaupten. Ihr könnt natürlich diese Variante auch mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob es wirklich empfehlenswert ist. Ich würde jetzt mal echt darauf tendieren, dass Ballistik-Waffen eher für geeignet sind, weil man das nicht sofort erkennen kann, von welcher Richtung aus abgefeuert wurde, als bei einem PPC, wo man genau weiß, ah, wenn er von da aus abschießt, dann wird er auch da irgendwo stehen und dann wird auch gleich in deine Richtung geschossen. Aber so kleine Geschosse, die man nicht sofort sehen kann und dann noch in diesem Stealth-Modus drinnen zu sein, ist, denke ich, doch schon viel, viel, viel besser. Ja, ich denke mal, dass es nicht so viele Deutsche gibt, die hier zusehen werden. Also hier ist die Q-Mity nicht so groß. Schade eigentlich. Also ich denke mal schon, dass die meisten, die sich das anschauen, aus ganz anderen Ländern kommen. Wäre natürlich ein Vorteil, wenn man Englisch kann. Ich kann es leider nicht, ansonsten würde ich jetzt ein grünisches Format jetzt hier halten, was Mechloria Online betrifft, weil man da einfach viel mehr Zuschauer generieren kann, die da einen über die Schulter mal schauen, auch wenn es mal nicht interessant ist. So. Ich bin da auch ehrlich gesagt kein Experte, was Light-PPC betrifft. Also, ich nehme es sehr selten mit rein. Ich bin zwar, denke mal, wäre die Rolle generell nicht schlecht, so die Sniper-Rolle zu übernehmen, weil ich stehe hier eh wie eine Vogelscheuche. Also generell bei Mechloria Online ist es schon mir sehr oft aufgefallen, dass ich lieber stillstehe und dann versuche, die Gegner anzuvisieren, wie bei Morhun. Was für ein Vergleich. Was für ein Vergleich. Ja, wer kennt das nicht? Morhun. Ich habe es früher gerne gesockt. Und dann... Wir werden mir diese Rolle lieber, so die Sniper-Rolles übernehmen. Aber... Mit den Ballistik-Waffen wäre es wahrscheinlich einiges besser, als wenn ich jetzt hier Light-PPC mit einnehme. Aber es wundert mich. Bis jetzt noch... bin ich nicht im großen Fokus-Trohr. Okay, ich wurde schon getroffen, aber... Ich würde ja mal gerne die Gauss ausprobieren. Das kommt noch. In unserem Video würde ich auch noch vor. Ich habe auch eine Sorge. Aber in diesem Video erstmal das Light-PPC. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt einen Kill abstaube. Das weiß ich gar nicht. Im Prinzip muss man... muss man als Sniper immer die schwachen Ziele... äh... aussuchen. Auch nicht gerade einfach. Muss... muss auch mal gesagt sein. Als Sniper, zumindest hier beim Mech Warrior Online, ist das nicht unbedingt die beste Rolle. Außer du hast die Waffen sehr gemischt. Ne, also... Mit dem Light-PPC auch noch Large Laser. Das ist... eine tolle Kombination. Aber ich habe hier echt nur... diese Sachen mit reingenommen, die man jetzt hier sehen kann. Und... da wird man natürlich nicht unbedingt die besten Ergebnisse haben. Also mir kommt es so vor, als wäre ich so eine Art... ähm... Supporter-Sniper. Sniper-Support. Genau. Sniper-Support. Mehr ist das nicht. Mehr ist das echt nicht. Und die wissen auch, von wo aus ich schieße. Deswegen, die werden mich... wenn ich jetzt abfeuere, werden die wahrscheinlich... sehr höchstwahrscheinlich wissen, ja, der wusste jetzt schon. Der wusste ja jetzt schon, wo ich war. ganz klasse. Da ist schon ein richtiges Gefühl, dass hier, ähm... die meisten Spieler aus dem Rennen sind. Ich glaube, ich bin der Letzte hier. Das ist klar. Ich werde das nicht mehr Lass nicht sagen. Tja. Haben wir nicht gewonnen. Ich war der Letzte. Ich sag's ja. Da habe ich auch nicht mitbekommen. Aber okay. Ich verabschiede mich hier erstmal. So. Rührt euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Over and out. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik 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 Musik